Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Jungfrau, du bist bekannt für deine Intuition. Heute ist deine Sensibilität so ausgeprägt, dass du dich wie ein Orakel fühlen könntest. Während du oft ein gutes Gespür für die Gedanken und Gefühle anderer Menschen hast, könnten deine Vorahnungen heute zwar zahlreicher sein, aber auch etwas daneben liegen. Es ist ratsam, diese intuitiven Einsichten aufzuschreiben und sie später zu überprüfen. Dein Lebensweg führt dich oft auf weniger ausgetretene Pfade. Dein individualistischer Charakter macht dich oft selbst. Und das kann dich zwar bestärken, aber auch isolieren, wenn du nicht aktiv nach sozialer Interaktion suchst. Wenn du schon immer mit dem Gedanken gespielt hast, dir ein Haustier anzuschaffen, aber den Schritt noch nicht gewagt hast, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sein. Viele TierhalterInnen stellen fest, dass ihre pelzigen oder gefiederten Gefährten ihr Leben aufhellen und eine Quelle der Geselligkeit und Freude sind. Vielleicht triffst du heute auf jemanden, der deine Ideen energisch in Frage stellt. Diese Person scheint fest entschlossen zu sein, zu beweisen, dass deine Vorstellungen mehr auf Fantasie als auf Realität beruhen. Es ist zwar wertvoll, ihre Sichtweise zu berücksichtigen, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass du deinen Standpunkt komplett ändern solltest. Lass dich auf einen konstruktiven Dialog ein und bewerte deine Ideen kritisch, um festzustellen, ob Anpassungen oder Verfeinerungen notwendig sind. Ein Hauch von Schmollen könnte heute deine Stimmung prägen. Wenn sich dein Partner oder deine Partnerin auf seine ihre sanfte Art nach deinem Wohlbefinden erkündigt, könntest du mit einem charmanten Schmollmund antworten. Diese Haltung auf Dauer beizubehalten, ist aber vielleicht nicht die beste Lösung. Erwäge, eine reifere Haltung einzunehmen und deine Gefühle offen und ehrlich auszudrücken. Dein Partner wird deine Bereitschaft, offen zu kommunizieren, wahrscheinlich zu schätzen wissen. In dieser Woche ermutigen dich die kosmischen Energien dazu, dich in Herzensangelegenheiten auf eine tiefe Reise der Selbstfindung zu begeben. Es ist wichtig, dass du dir über deine Wünsche und Erwartungen im Hinblick auf eine ideale Beziehung im Klaren bist. Genauso wichtig ist es, Authentizität als Grundlage für dauerhafte Beziehungen zu bewahren. Widerstehe der Versuchung, deine Werte zu kompromittieren oder dein wahres Ich zu verbergen, um in die Form eines anderen Menschen zu passen. Nimm deine Einzigartigkeit an, kommuniziere offen und bemühe dich um ein Gleichgewicht, das es dir ermöglicht, selbstbewusst deine Wünsche zu äußern und gleichzeitig in deinen Beziehungen authentisch zu bleiben. Die Ausrichtung der Sterne führt dich zu einer Liebe, die deine Individualität ehrt und deine tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Heute bildet die Sonne in der Jungfrau eine harmonische Verbindung mit dem rückläufigen Pluto im Steinbock und schafft damit ideale Bedingungen, um deine Wünsche zu verwirklichen. Der rückläufige Pluto verleiht dir die nötige Ausdauer und Entschlossenheit, um deine persönlichen Ziele in die Realität umzusetzen. Selbst wenn du mit Herausforderungen konfrontiert wirst, fordert dich diese kosmische Ausrichtung dazu auf, nicht aufzugeben, sondern durchzuhalten. Bewahre dir dein Selbstvertrauen, bleibe entschlossen in deinen Bemühungen und vertraue auf deine innere Stärke, um Großes zu erreichen. Geh weiter und glaube an dich und deine Fähigkeiten, um deine Ziele zu verwirklichen. Dies ist eine Zeit, in der du an deinem Glauben festhalten und weiter nach deinen Zielen streben solltest. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Sieben der Schwerter steht für Täuschung, Geheimhaltung und die Notwendigkeit, vorsichtig zu sein. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vor Täuschung oder Unerlichkeit auf der Hut sein musst, entweder von anderen oder von dir selbst. Sie steht für eine Zeit der Wachsamkeit und dafür, wie wichtig es ist, deine Interessen zu schützen. Die Sieben der Schwerter ermutigt dich, deinen Instinkten zu vertrauen und auf versteckte Absichten oder betrügerisches Verhalten in deiner Umgebung zu achten. Sie erinnert dich daran, Maßnahmen zu ergreifen, um dich und deine Interessen zu schützen. Die Sieben der Schwerter wird von der Karte die Welt begleitet. Diese Karte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines Ziels. Sie steht für das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins und für ein Gefühl von Ganzheit und Erfolg. Die Welt lädt dich dazu ein, deine Erfolge zu feiern und den Abschluss eines Kapitels deiner Lebensreise anzuerkennen. Sie erinnert dich daran, dass du das Potenzial hast, deine Ziele zu erreichen und ein Gefühl der Erfüllung zu bekommen. Schließlich haben wir noch die Gerechtigkeit. Diese Karte steht für Ausgewogenheit, Fairness und die Notwendigkeit eines unparteiischen Urteils. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gerechte und ausgewogene Entscheidungen zu treffen und dafür zu sorgen, dass die Fairness überwiegt. Die Gerechtigkeit ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, die mit deinem Sinn für Integrität und Fairness übereinstimmen. Sie erinnert dich daran, dass Ausgewogenheit und Unparteilichkeit zu positiven Ergebnissen führen. Die Sieben der Schwerter, die Welt und die Gerechtigkeit ergeben zusammen eine Kombination aus Vorsicht, Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mach dir heute die Energie der Sieben der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bist und auf Täuschungen oder versteckte Motive achtest, sei es bei anderen oder bei dir selbst Vertraue auf deine Instinkte und ergreife Maßnahmen, um deine Interessen zu schützen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Welt, indem du deine Erfolge feierst und erkennst, dass du eine wichtige Phase deines Lebensweges abgeschlossen hast. Nimm ein Gefühl der Erfüllung an und erkenne dein Erfolgspotenzial an. Kanaliere die Energie der Gerechtigkeit, indem du bei deinen Handlungen und Interaktionen ausgewogene und faire Entscheidungen triffst. Achte darauf, dass deine Entscheidungen mit deinem Sinn für Integrität und Fairness in Einklang stehen. Diese Deutung steht für einen Tag der Vorsicht, der Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mache dir die Energie der Sieben der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bleibst. Nutze das Gefühl des Erreichten und der Ganzheit, das dir die Welt bringt. Nutze die Weisheit der Gerechtigkeit, um ausgewogene und gerechte Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Erinnere dich daran, dass du durch Wachsamkeit, das Feiern deiner Errungenschaften und faire Entscheidungen mit einem Gefühl der Integrität und Erfüllung durch den Tag gehen kannst und gleichzeitig deine Interessen vor möglicher Täuschung oder Unerlichkeit schützen kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017